Ach ja, mein Stuhl knarzt, ich setz mich nur richtig hin. Meiner quietscht auch, ich sollte den mal öhen. Ach so. Ich vergesse das immer wieder, genau wie meine Autotür, die quietscht auch. Ich sag immer wieder, boah, heute Abend öhle ich die, ne? Und dann komm ich von der Arbeit, ja, und dann penne ich vorm Rechner mit dem Zocken ein und dann war's da schon, da, ey. Anstatt mit mir aufzunehmen, schläft er lieber alleine vorm Computer ein. Also mit dir will ich nicht davor schlafen. Wie kannst du nur so ne Angst vor mir haben, wo ich 500 Kilometer entfernt von dir bin? Das ist ganz einfach. Ich hab hier ein Gallimimus-Eck. Es funktioniert alles, es kann auch schief gehen, ja? Ähm, wo steht jetzt nochmal das... Ne, mach, erzähl weiter. Ich hab nix weiter zu erzählen. Du hast nix zu erzählen? Ich hab ein Gallimimus-Eck. So, fertig. Oh, ich hab's falschrum gemacht. Ich hab mich schon gewundert, warum das nicht funktioniert. Falschrum. Ja, ich hab das Gold dahin, wo die Essenzen, und jetzt hab ich ein zweites Zornometer. Äh, Zorn... Was hast du? Ich kann dir nicht folgen. Ja, ich mir auch nicht. Du hast doch letztens mal das ganze Leder verputzt, oder? Ne, hier haben wir noch. Ähm, ich brauch irgendein Ingot. Irgendwas. Ich brauch einen Gott. Nein, ist egal. Ein Glengott. Oh! Missachte meine Autorität. So. Aber ich bin froh, dass wir die Schätze aus der Insel bekommen haben, gerade. Denn somit haben wir genug Gold in Gods, damit ich mir die Goggles herstellen kann. Und da hab ich's auch schon. Sehr schön. Hat tatsächlich geklappt, ja? Ja. Ähm... Wo packe ich die denn jetzt hin? Muss ich die als Helm tragen? Ja. Dann kriegst du den, ähm, Helm hier. Ja, ich hab nämlich nur einen normalen Iron Helmet. Das ist gar nicht schlecht. Siehst fesch aus. Oh yeah. Hallo. Bäm. Boah. Na okay, deine Augen sind ein bisschen zu weit oben für die. Es sieht ein bisschen albern aus. Wenn ich die aufhabe, die Goggles, dann sehen sie besser aus. Und, äh, nur zur Erklärung, ähm, wir haben uns letztes Mal in der Aufnahme schon darüber unterhalten, über die Goggles und so weiter. Und jetzt hab ich diesen Effekt, äh, den man hat, dauerhaft, wenn man durch das Thornometer guckt. Genau. Und weil da jetzt nichts mehr im Weg ist, wenn man, also... Also man kann es andere Items benutzen. Genau, das außerdem. Und das ist einem halt nichts mehr im Weg, wenn man irgendwo hingucken will. Das ist ja auch schon mal was Schönes. Das heißt, ich seh jetzt die Aura-Nodes in voller Größe, ohne dass ich das Thornometer erst anlegen muss. Genau, in Fullscreen und HD. 4K, bitteschön, ja? Ach nee, wir leben ja in Deutschland, ähm... Verdammt, ich muss ja noch ein Tool Forge herstellen. Oh, ach nein, muss ich nicht. Haha, ignoriert mich. Das tue ich die ganze Zeit schon, erzähl mal was Neues. Ich brauch noch irgendwas anderes, wo ist denn dieser dumme Tisch? Stencil Table? Nein, wie heißt denn der? Oh, nice. Nicht der Tool Forge selber, sondern, äh... Aber ich kann mich jetzt gar nicht mehr researchen, oder? Tool Station. Was kannst du jetzt nicht mehr? Hä, was? Hä, brauch ich nicht zum, ähm, zum Aura-Researchen, äh... Ach so, ja. Du brauchst einen Thermometer immer noch. Ach, kacke. Wenn du jetzt einen verbaut hast, dann musst du noch eins bauen. Das stimmt. Ah, ich dachte, das geht jetzt von alleine, aber naja. Nein, das musst du immer noch manuell machen. Ich hab nämlich eine gefunden, die ist richtig heftig. Da sind sechs oder sieben verschiedene Essenzen drin. Ja, aber du weißt, es gibt nur sechs Grundessenzen. Das heißt, da sind welche drin, die in deinen Zauberstab gar nicht reinpassen. Aber ich seh gerade, du hast deinen Zauberstab sowieso in der Basis gelassen. Also hilft dir das alles nix. Ja, ich komm grad zurück schon. Da liegt ihr auf dem Tisch. Hast du Holz, verdammt, ich brauch Holz. Ja. Ist doch nicht wahr. Also ich hatte vorhin noch welches. Hier. Hey. Du Arsch. Wie jetzt? Nein, geh weg, ich brauch das. Ich? Hallo? Hey. Okay, ich hab zwei. Trotzdem hey. Du hast dich zuerst bei mir bedient. Was soll denn der Scheiß? Ich brauch den für mein Rezept, Mann. Du willst doch eine Axt haben, oder nicht? Dafür brauch ich eine Toolstation. Aber du auch nicht mit meiner Workstation. Nein. Ist okay, ich hab sie hier in die Ecke gestellt. Ist alles gut. Wir sind wieder quitt, okay? Wir sind überhaupt nicht, sind wir. Alles ist gut. Nein. Doch, du musst jetzt nur tief durchatmen. Nein. So. Und jetzt brauch ich noch einen verfluchten Stein. Das kann doch jetzt nicht so schwer sein. Gut, dass du meinen Ofen nicht abgebaut hast mit dem ganzen Glas drin, ey. Ist doch, ich hab einen Stein. Nein, hab ich nicht. Den, 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 den. Habe ich auch gesehen, dass da noch was drin war. Deshalb keine Angst jetzt. So. Bam. Warum ist da kein Gold drin? Ähm. Zwei Goldrohr. So. Der Fernseh funktioniert. Er läuft. Ah, ich sollte vielleicht eher pennen gehen. Ja, genau. Mach das mal. Ist schon spät. Ich werde gleich wieder aufstehen dürfen und die Jalousien runterlassen. Ach Gott. Freut dich doch über das Wetter, was wir momentan haben. Nein, nein, die Sonne steht jetzt so, dass sie auf einer DVD, die hier liegt, reflektiert und mir direkt ins Auge strahlt. Wer hat denn heute noch DVDs? Äh, das liegt daran, dass es das nicht auf Blu-ray gibt, was hier liegt. Wobei man sagt ja auch, wenn man sich jetzt die Star-Wars-Filme holen will, sollte man nicht die Blu-ray-Version holen, weil das diese komische Digital Remastered ist. Ja, aber, was ich gemerkt habe bei alten Filmen, die sehen natürlich nicht so gut aus wie eine heutige Blu-ray. Aber wenn du eine Blu-ray von einem alten Film kaufst, dann sieht das aus wie eine heutige DVD. Weißt du? Und wenn du eine DVD von denen kaufst, sieht das aus wie eine VHS oder so. Also, ich finde, man hat von alten Filmen auf Blu-ray trotzdem etwas. Wenn nicht so viel wie von einer neuen Blu-ray, aber schon ein bisschen besser. Hier ist auf jeden Fall Ignius drin, ne? Falls du es brauchst. Meine Fresse. Der Axtkopf ist kaputt gegangen, als ich Gold drüber gekippt habe. Warum kippst du auch Gold drüber? Na, damit ich eine Form habe, um einen Axtkopf zu gießen. Ist doch ganz logisch. Hier, schon wieder eine Aura-Node über dem Wasser. Du hast letztens gesagt, Aura-Nodes über Wasser haben kein Ignius drin und hier schon wieder eine Ignius drin hat. Bist du fertig? Ich wollte das nur mal wiederholen, weil das das letzte Mal ja keiner gesehen hat. So, drei Copper. Und da hatte ich nur angemerkt, dass ziemlich viele Nodes über dem Wasser sind. Ja. Und da meintest du nämlich, ja, aber die haben kein Ignius drin. Ist auch unwahrscheinlich. Element von Feuer. Ja. Und jetzt hatte ich gerade schon wieder eine und die ist voll mit Ignius. Ignium oder wie auch immer. Und jetzt blendet ihn seine DVD. Ignis heißt es. Ja, dann Agnes ist mir auch egal. Nicht Agnes. Ignis, verdammt. Agnes, ist das ein Vogelkopf? Ich gebe dir gleich einen Vogelkopf, du Vogelhorst. Ich stelle gerade Bronze her für unsere Äxte. Und? Und das ist ein... Nein. Kupfer und Tintzin müssen erstmal schmelzen. Übrigens... Kupfer und Tintzin. Achso, nein. Ich wollte gerade sagen, übrigens und ein bisschen klug scheißern mit Metallen und so, aber stimmt gar nicht. Kannst du mal sehen. Meine Frise. Das war nämlich früher so, dass Copper und Tint zusammen Brass ergeben haben. Aber das ist Quatsch, weil das nicht mit Zinn gemischt wird und Kupfer, sondern mit Zink. Da kommt Bronze raus. Ist das andere nicht Messing? Messing, genau. Messing wird mit Zink hergestellt und Bronze wird mit Zinn hergestellt. Und das war früher in den Mods falsch, aber über die Jahre hinweg wurde das gefixt. Ähm, übrigens die Aura-Node an dem Totem, den ich gerade gescannt habe, ist auch Sinistern, ne? Also wir sind umgeben von zwei Sinistern. Ja, das ist nicht gut, Mann. Ich glaube, das Spiel hasst uns. Ja, das habe ich aber auch schon vor einem Jahr bemerkt oder so. Mindestens vor einem Jahr. Das ist ganz furchtbar. So, sehr schön. Ich habe jetzt hier zwei Einzelteile für zwei Äxte, wenn du möchtest. Ja, gerne. Dann haben wir endlich eine vernünftige Axt. Die auch leveln kann. Jawohl, die kann auch leveln. Wie soll sie heißen? Glenwands Super Axt. Na, wenn das mal hinpasst. Und nenn sie Spalter. Aber mit A hinten geschrieben. Moment, Glenwands Super Axt, aber ich nenne sie Spalter? Wie jetzt? Was denn jetzt? Nennen sie einfach Spalter. Spalter. Ich glaube, das ist ein Warhammer. Aber hinten mit A? Ja. S-P-A-L-T-A? Ja, richtig. Spalter, Alter. Weil die Orks, die nennen die, glaube ich, so. Spalter, wie es aussieht. Das ist nämlich ganz toll. Wenn man die Tools hier herstellt, kann man sie benennen. Auch wenn man keine Level hat. Ach so. Nein, also das ist nicht wie in einem Anvil. Den kann man immer einfach benennen. Wie konnten wir diese Note hier übersehen? Dann nenne ich meine Axt, nämlich Alter. Das ist der Spalter. Alter Spalter, ey. Sehr schön. So, komm her. Willst du deinen Spalter haben? Warte mal, mir fehlen noch zwei Sachen. Dann ist mein Zauberstab voll. Okay, das könnte aber ziemlich lange dauern. Wenn sich die Zuschauer wundern, warum ich da hinten ein Latest Death Point habe, der 20.000 Meter entfernt ist. Er ist unfähig. Nein, das ist meine andere Welt. Das ist meine Resonant Rise 3 Welt. Startet ja bald die Serie. Hä? Hype? Per Hyper. Ja. Hast nicht gesehen, mein Tweet, war? Hashtag Hype. Wo bist du? Natürlich habe ich den gelesen. Wo bist du? Ich bin hinter dir. Ja. Sehr schön. Da ist dein Spalter. Ja, dankeschön. Und wenn du Shift gedrückt hältst, kannst du den ganzen Baum abbauen. Ja, ist doch cool. Und wenn sie kaputt geht? Reparieren. Ja gut, hier ist noch Bronze drin, aber wir haben noch kein Ingotcast. Ich brauche ein bisschen Gold. Nein, ist okay. Ich mache das. Du weißt ja, wie der Furnace funktioniert, nicht wahr? Ähm, ja. Gut. Klang nicht sehr überzeugend, ne? Weißt du auch, wie du deine Werkzeuge reparieren kannst, wenn sie kaputt gehen? Klar. Mit der Toolstation. Ähm, ja tatsächlich mit der Toolstation. Ja, keine Fresse, ne? Nein, ich muss immer überlegen, weil das da irgendwie fünf Stations gibt und Tool und Workbenches und ich kann mir nie merken, welche was macht, weil die alle irgendwie gleich heißen und gleich aussehen. Okay. Ich finde das sehr schwer. Ich wäre jetzt nicht drauf auf Toolstation gekommen. Ich hätte jetzt irgendwas anderes gesagt, was falsch ist. Guck mal, jetzt kann man doch bestimmt auch so ein Haus mit einem Klick abbauen. Warte mal. Ja, aber nur die Logs. Die Planks nicht, glaube ich. Äh, das Hupen ist übrigens, ne? Das kommt diesmal von meiner Seite. Bitte? Ich habe kein Hupen gehört. Ja, sehr gut. Umso besser. So, na, dann zeig mal, wie du, wie dein Alter das jetzt abbaut. Dein Alter! Ach nee, dein, 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 dein Spalter. Ah ja, da habe ich doch gesagt, das funktioniert nur bei Logs, bei Bäumen. Genau, da funktioniert es. Hm. Sehr schön. Erweilt das dann auch nur bei Logs? Nein, das levelt, glaube ich, mit jedem zerstörten Block. Guck mal, diese, die Mod, die uns erlaubt, alles mit Eimer abzubauen und die Mod, die die Werkzeuge levelt, sind zwei verschiedene. Die haben miteinander nichts am Hut. Okay. So, jetzt habe ich hier ein Ingoth-Cast. Wenn dein Werkzeug kaputt ist, dann holst du dir hier ein Bronze Ingoth raus oder halt so viel, wie du brauchst, gehst zur Toolstation und reparierst deine Axt. Ganz einfach. Ja, das kriege ich schon noch hin, glaube ich. So, also unser Furnace ist bereit und komplett. Ach, wir wollten ja auch eine Pickaxe bauen, damit wir endlich das Zeug abbauen können, was wir vorher nicht abbauen konnten. Ja, aber keine, die ist ja nur Mining-Level-Tin, aber du brauchst Mining-Level-Redstone, um Diamanten abzubauen. Ja, aber die levelt doch, oder nicht? Ja, aber nicht bis ins Unendliche. Also, die werde ich nie mit dieser Axt das machen können? Mit deiner alten Pickaxe wirst du wahrscheinlich nie Diamanten abbauen können. Die ist in Mining-Level schon mal einmal aufgestiegen. Ich glaube nicht, dass sie zweimal aufsteigt. Ach so. Ach, ich gucke in meinen Chest und mein Hirn hat total den Schluck auf. Was brauche ich denn jetzt? Das hat sie sich tun. Ich brauche Cobblestone. Ähm, und so. Ich mache ein Pickaxe-Head. Und dann mache ich eine... Ne, das habe ich doch schon. Tool-Binding mache ich noch. Dann machen wir noch eine Tool-Rod. So, sehr schön. Gut. Ich werde uns also auch noch Pickaxes bauen aus dem gleichen Endmaterial. Okay. Damit wir die Sachen abbauen können. Dafür brauche ich aber viel Gold. Meine Fresse, brauche ich dafür viel Gold. Aber wir haben noch viel Gold. Ja, gut. Ja, wir brauchen Gold für fast nichts anderes. Das stimmt, aber... Es ist halt immer ein Schmerz. Mein Inventar ist voll. Die Zuschauer sind bestimmt schon übertrieben stinkig. Naja, wir sind noch ziemlich konzentriert gerade, muss man sagen. Wir reden nicht mehr irgendeinen Unsinn. Hast du irgendwo Schweine gesehen? Wir brauchen unbedingt Schweinefleisch, um die Dinosaurier auszuprobieren. Guck mal in meine Kiste. Ich probiere mal. Ne, mit Rindfleisch funktioniert es nicht. Wir brauchen wirklich Schweinefleisch. Das ist der Treibstoff, den wir brauchen. Ich war aber dem... Ich guck mal. Warte mal, war ich aber Schweine töten. Du hast hier Raw Beef und... Ne, nur Kuhfleisch. Kuhfleisch. Ja, ich weiß halt, was schmeckt, ey. Was mache ich denn hier? Boah, jetzt haben wir bei Holz den Übermaß, ey. Mehr werden wir nie wieder brauchen. So. Und es ist noch nicht aufgestiegen. Nein, na, da steht doch, wie viel du brauchst. Du brauchst 245 Blöcke. Das ist ziemlich viel. So viel muss er abbauen, bis du... Also ich denke mal, man bekommt ein Experience pro abgebautem Block. Da steht XP nur von 245. Jetzt kommt das Piepen von mir. You are hungry to use... Meinweiner. Dann erst nicht mal den goldenen Apfel, ne? Veinmeiner, nicht Meinweiner. Scheiße. Jetzt weiß ich schon, wie die Folge heißt, ey. Meinweiner. Wie heißt denn dein Weiner? Mein Weiner ist so einsam. Mann. Was ist denn das? Ja, das ist eine Alarmanlage und die ist so laut. Das ist unglaublich. Bist du wieder heimlich am Rauchen und du hast hier Rauchmelder im Haus. Nein, das ist unten auf dem Parkplatz. Eine Alarmanlage. Das ist wirklich gar nicht normal, Mann. So, was erforsche ich denn jetzt? Ich will einen Wandfokus erforschen. Das wollte ich auch. Aber ich habe jetzt erst die Goggles gemacht. OneFoCai. So. Ich glaube, mit der Erforschung haben wir noch nicht so viel erreicht. Weil das erstmal der Wandfokus im Allgemeinen ist. Also der kann dann noch nichts. Wir müssen erstmal die Grundvoraussetzung dafür schaffen. So, von Ignis zu Precantatio in drei Schritten. Von Ignis in Precantatio in drei Schritten. Das wäre cool, wenn man jetzt nur den Desktop aufnehmen könnte, sodass der Zuschauer aussieht, wie man dieses Tool benutzt oder wie das dann aussieht. Genau das habe ich mir eben gewünscht. Das würde ich wirklich gerne machen. Potentia, Ordo, Potentia. Okay. Ich kann das ja organisieren und dir dann zuschicken. So, Potentia. Ähm, wo ist Ordo? Wo ist Ordo? Verdammt, da ist Ordo. Und nochmal Potentia. Bam. Forschung complete. OneFoCai ist sehr einfach zu erforschen. Da ist fast nichts bei. So, jetzt habe ich das erforscht. Aber. Oh. Doch, wir haben. Das ist der, der irgene OneFoCai. Der, der Feuer. Der Feuerschaden macht. War mir schon wieder ein Ei in meinem Haus. Was? Ach so, ja. Ich dachte, das lasse ich da. Ja, beim letzten Mal, wo du mir ein Ei hingelegt hast, bin ich gestorben. Ach was. Das ist doch nur ein. Oh, da steht nicht mal, was das für ein Ei ist. Das ist ein Gallimimus-Ei. So. Das ist schön für dich. Damit wünsche ich dir viel Spaß. Und ich möchte dich ja mal bitten, es nicht zu zerstören. Auch wenn dir jetzt vielleicht nach Zerstören der Sinn ist. Aber. Ich finde das ganz nett, wenn du das da einfach liegen lassen würdest. Ähm. Oh, mit Sinister-Loadstones kann man da. Oh, ich wollte das eigentlich gar nicht machen. Jetzt habe ich draufgeklickt. Scheiße. Ich habe jetzt ein OneFocus Feuer erforscht. Das heißt, ich könnte Feuerschaden mit meinem Zauberstab machen. Ich brauche aber Netherquards dafür. Ich muss in den Nether. OneFoCai brauchen Netherquards. Ja, viel Spaß. Jeder OneFocus braucht Netherquards, glaube ich. Ich gehe aber jetzt nicht in den Nether. Jetzt nicht? Und später auch nicht? Weiß ich noch nicht. Mit dir bin ich mir nicht so sicher. Na schön. Ich fühle mich nicht wohl mit dir. Dann werde ich halt hier. Ach. Hä? Was ist denn jetzt passiert? Ja. Hm? Hm? Was habe ich gemacht? Was hast du getan? Ähm. Okay. Ich. Ja. Ich habe vielleicht ein bisschen Materialien verschwendet. Aber das kennt man ja. Achso. Ich dachte, dein Minecraft wäre schon abgeschmiert. Nee, ich wollte hier Gold rausholen. Aber es ist Bronze rausgekommen. Aber Bronze kann man nicht als Cast benutzen. Und dann habe ich hier ein Stone Bolt bekommen. Ich habe jetzt irgendwie an die Spitze meiner Stone Tool Rod etwas Bronze rangemacht. Und jetzt habe ich einen Bolzen für eine Armbrust. Aber das wollte ich überhaupt nicht. Du Noob, ey. Weil ich habe nämlich gar keine Armbrust. Du kannst dir eine Armbrust herstellen, wenn du möchtest. Ja, das wäre mega fett. Ja, dann guckst du mal Tinkers Construct, Armbrust. Ja, jetzt nicht. Jetzt mache ich gerade Sinister Loadstone. Was ist denn ein Sinister Loadstone? Das weiß ich nicht. Ich wollte eigentlich raufklicken, um zu gucken, was das macht. Und dann habe ich aus Versehen das Rezept hergestellt. Ja. Ich vermute, du kannst dann die Loadstones bauen und die dann Monsters bauen. Was ist denn überhaupt ein Loadstone? Ja, ein Ladestein. Was für ein Stein? Ach, ein Ladestein. Ja, aber, also wenn ich das jetzt mal so eins zu eins übersetze, ne? Was soll das machen? Ich weiß es doch noch nicht. Aber es wäre doch mal ganz interessant jetzt. Siehst du, es gibt auch noch Sachen, die du nicht weißt. Oh. Ja. Ich bin sowieso ein Idiot. Ich habe nicht nur Material verschwendet, sondern auch noch sinnlos Material verschwendet. Selbst wenn ich es nicht verschwendet hätte, wäre es trotzdem verschwendet gewesen. Ey, das Ding zeig ich mir jetzt Bullshit an. Ach was? Was denn für ein Ding? Ich kann dir nicht folgen. In zwei Schritten und er rechnet mir in drei Schritten aus. Was soll das? Was? Ach so, sowas passiert manchmal. Ich weiß nicht, was man da tun kann. Dann geh halt auf in vier Schritte oder lad die Seite mal neu. Das passiert manchmal. Dann sag ihm in vier Schritten und dann funktioniert es wahrscheinlich. Idiotischerweise. Nein. Dann waren Probleme mit dem Internet. Der erste Tag im Internet. Es ist hart. Dann haut dir gleich einen in die Fresse. So, ich habe eine Bronze Pickaxe. Mining Level 10 am Arsch? Ach so, natürlich. Das ist aber nicht gut. So, zwei Schritte bis... Was ist denn das? Was? Ich weiß nicht, was das hier sein soll. Scheiße, Mann. Was brauche ich denn jetzt für ein... Ah, verflucht. Das ist doch alles nicht wahr. Komm, Sascha, meine Fresse. Mining Level Redstone ist aber nur über Steel oder Pick Iron. Wie bekomme ich denn Steel? Ja, da lachen die Leute schon im Hintergrund über dich. Kann ich gar nicht drüber lachen. Finde ich nicht komisch. Ich finde es mega komisch. Was ist das? Bis zum nächsten Mal.